Es herrscht weiterhin große Angst im Kryptowährungsmarkt, aber auch auf allen anderen Märkten ist das ganze Level eher pessimistisch. Was kannst du jetzt in den nächsten paar Tagen tun? Was sind die Strategien, die ich dir jetzt gerne an die Hand geben möchte? Was ist der Fear and Greed Index? Wie können wir ihn tatsächlich auch dann für uns nutzen? Und macht es jetzt Sinn, alles zu verkaufen oder sollte man das Ganze eher strategisch angehen? Das siehst du in diesem Video. An erster Stelle will ich dir den Fear and Greed Index mal so ein bisschen näher bringen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört oder wahrscheinlich hast du es auch schon mal gesehen in dem einen oder anderen Blogbeitrag. Wird immer mal wieder darauf eingegangen und der Fear and Greed Index ist eigentlich ein Index, der eigentlich nichts anderes zeigt wie das Marktsentiment. Das bedeutet, wie ist die aktuelle Marktlage bei den Anlegern? Und aktuell ist hier ein großer Pessimismus im Markt zu sehen. Das können wir auf jeden Fall auch an den Kursen erkennen. Und ich will darauf einfach ganz kurz eingehen und euch und dir so ein bisschen zeigen, was das Ganze zu bedeuten hat und ob man den als wirklichen Indikator vielleicht nehmen kann. Also ob man den Fear and Greed Index als Indikator nehmen kann und danach vielleicht handeln sollte. Wir sehen hier zum Beispiel die Historical Values. Das bedeutet, das ist der aktuelle Index heute mit 13 Punkten. gestern auch mit 12 Punkten und auch letzte Woche mit 12 Punkten. Das bedeutet aber auch, dass wir im gesamten Monat, im letzten Monat 27 Punkte hatten. Das ist also schon ein deutliches Indiz, dass hier die Leute eher pessimistisch eingeschworen sind auf den Markt. Warum ist das so? Jetzt kann man sich mal angucken oder vielleicht sollte man sich jetzt genau an dieser Stelle angucken, wann war der Fear and Greed Index vielleicht mal so ein bisschen höher. Das heißt also, wann sind wir in diesen Greed Modus gefallen? Fear bedeutet Angst, Greed natürlich dann die Gier und wir kennen bestimmt beide Emotionen. Und dementsprechend, wann war zum Beispiel hier der Index relativ hoch? Das heißt, wir hatten hier eine Wertung von über 80 und das war zwischen dem Oktober und dem November. Das heißt, da war der Gier Faktor relativ hoch. Und wenn wir uns dann mal den Chart hier in diesem Fenster kurz angucken, dann sehen wir auch, das ist eigentlich das Level, wo wir hier am All-Time-High waren von Bitcoin. Und auch sämtliche anderen Coins waren hier eigentlich am Höchststand. Wir haben zum Beispiel unsere Kunden schon im Oktober und November auch da hingehend gewarnt und haben gesagt, es ist vollkommen notwendig, dass man hier und da Gewinne mitnimmt. Wir sind jetzt hier an so einer parabolischen Spitze. Da wäre es absolut essentiell, an der Stelle hier ein paar Gewinne mitzunehmen, wenn es nur 10 oder 20 Prozent ist, weil du später dann einfach ein viel besseres Gefühl dafür bekommst, wenn der Markt dann doch mal drehen sollte. All jene, die sich daran gehalten haben und vielleicht Gewinne mitgenommen haben im Markt in der Phase vom Oktober bis zum November, stehen jetzt an der günstigen Position, Nachkäufe tätigen zu können mit dem gewonnenen Cash aus eben diesen Bereichen. Wenn wir uns den Bitcoin-Chart mal angucken, dann sehen wir eine Sache. Hier unten hat sich relativ viel Liquidität aufgebaut. Bedeutet, seit dem Januar hat sich hier diese Zone bewährt. Wir haben sie im Mai getestet, wir haben sie im Juni getestet und wir haben sie im Juli getestet. Sind hier nochmal bullisch ausgebrochen, dann sind wir ans All-Time-High gelaufen und seitdem befinden wir uns in einer bärischen Phase. Okay, das heißt also auch das letzte Tief wurde hier bärisch genommen und erstmal bärisch bestätigt. Das heißt, ich gehe aktuell eher davon aus, dass wir dieses Level, was wir jetzt schon sehr lange verteidigt haben, bärisch durchbrechen werden. Und für mich sind die nächsten Zonen, die für mich wichtig sind, wo wir eine bullische Reaktion erwarten könnten, im US-Dollar-Bereich bei knapp 24.000 Dollar. Das ist also quasi der erste Bereich, der für mich als Support dienen würde. Und der zweite Bereich, und es tut leid, dass ich das sagen muss, ist das alte All-Time-High. Das heißt, dass wir da bei 20.000 ungefähr unter 20.000 auch laufen könnten. Das wird nicht jetzt, morgen oder heute passieren, aber ich gehe davon aus, dass das die Reaktion ist in den nächsten paar Wochen. Man muss überhaupt keine Panik haben, wenn man weiß, was die Märkte machen könnten in den nächsten paar Wochen. Wer bereits Kunde bei uns ist, wird diese Präsentation vielleicht kennen. Das ist nämlich ein kleiner Ausschnitt aus der Donnerstag-Session von der Investing-Session vom Johannes. Und hier seht ihr eine Sache, und das ist der Wall Street Cheat Sheet. In diesem Cheat Sheet haben wir eigentlich alle Emotionen vorhanden, die es in einem Markt oder in jeder Marktphase gibt. Also in jedem Boom & Buzz Cycle gibt es eben ganz genau das. Hoffnung, Optimismus, Thrill und Euphoria, genauso wie Anxiety, Denial, Panic, Capitulation und Anger. So, jetzt muss man natürlich wissen, okay, in welcher Marktsituation befinden wir uns eigentlich gerade. Und wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel am Zyklus von Bitcoin betrachtet, von 2017 bis 2019, also dem Bärenmarkt von 2000 oder dem Bull Cycle und dem Bärenmarkt bis 2019, dann merken wir eine Sache. Wir hatten hier eine Korrektur von knapp 84% vom All-Time-High. Und wenn wir das mal zusammenlegen, wie das auf dem Chart aussieht, dann sehen wir ganz genau dieselben Sachen. Disbelief, Hope, Greed, Euphoria und dann eben auch genau dieser bärische Part, der dann dazukommt. Anxiety, Denial, Fear und eben auch die Depression. Also wer in der Depression gekauft hat, ist heute und natürlich dann auch die Depression, die in jedem Bärenmarkt dazugehört. Wer in der Depression gekauft hat und die richtigen Weichen gestellt hat, der wird sich auf jeden Fall Jahre darauf in einem Bullenmarkt sehr freuen. Übrigens gab es das Ganze auch schon 2014 und 2015. Auch hier Disbelief, Hope, Greed, Euphoria und so weiter bis zur Depression und dann eben auch die Disbelief-Phase vom nächsten Zyklus, also 2015, bei Kursen von knapp 800 Dollar. Ebenso auch 2013, also auch der Bitcoin-Kurs 2013 hat einen 82%-Drop hingelegt vom All-Time-High, bis er in die Depression-Phase gekommen ist und dann eben die Disbelief-Phase wieder für den nächsten Zyklus genutzt hat. Und hier hatten wir Kurse von 200 bis 250 Dollar beim All-Time-High. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich in unserer aktuellen Phase? Und wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir eigentlich, dass der Boom-Cycle hier knapp bei 69.000 Dollar vorbei war. Davon gehen wir jetzt aktuell gerade aus. Und das aktuelle Low liegt bei knapp 25.300 Dollar. Das heißt, vom aktuellen High von 69.000 Dollar sind wir bei 25.300 Dollar bei einer Korrektur von minus 63%. Das bedeutet, wenn wir die Zyklen, die wir vorher hatten, wo wir eben minus 83% hatten, minus 86% hatten und minus 82% hatten, wenn wir davon einfach so den Zwischenschritt nehmen, dann ist das Low noch nicht erreicht. Was kann man jetzt eigentlich aber tun? Also was kann ich in dieser bärischen Marktphase jetzt eigentlich gerade tun, weil ich den Markt vielleicht nicht timen kann, weil ich kein Trader bin? Gibt es Möglichkeiten, die ich gut nutzen kann, um eben diese bärische Marktphase trotzdem zu nutzen, weil ich an den Markt glaube? Definitiv. Ich persönlich nutze eben die bärische Marktphase sehr gut, um Research zu betreiben. Denn Projekte, die fundamental stark sind, will ich in mein Portfolio holen für den langfristigen Return. Ich will sie günstig kaufen und ich will aber auch Projekte, die vielleicht schon sehr gut gelaufen sind im letzten Bullrun, nochmal nachkaufen, weil ich durchaus davon ausgehe, dass sie dann vielleicht in einem späteren Marktzyklus den Markt entsprechend schlagen und ein neues All-Time-High-Bild. Wenn wir Zukäufe tätigen, wollen wir auch nicht alles gleichzeitig sofort tätigen. Das heißt, wir müssen, wir stehen hier überhaupt nicht mit dem Gesicht zur Wand und müssen sofort handeln, sondern wir können die Zukäufe einfach peu a peu, Stück für Stück tätigen. Erwarte trotzdem, dass es auch noch weitere Korrekturen geben kann. Halte Kapital ready, wenn du weiter für diesen Markt bist und auch langfristigen Atem hast. An dieser Stelle ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass du nur so viel investieren solltest, wie du bereit bist zu verlieren oder eben auch langfristig wegzusperren. Denn das Schlechteste, was du machen kannst in einem Bärenmarkt, ist Kapital zu binden, das du vielleicht in einigen Monaten wieder brauchen solltest. Des Weiteren sind Staking und Lending-Optionen eigentlich überragend für den Bärenmarkt. Das bedeutet, du kannst dich hier einfach langfristig positionieren und kannst die Assets, die du ohnehin lange halten möchtest, einfach in Staking-Kontrakte geben oder aber auch in Lending-Kontrakte. Wenn du an dieser Stelle aber auch nicht weißt, wie genau du da jetzt den nächsten Schritt machen sollst, dann komm gerne auf uns zu, melde dich für ein Erstgespräch. Am Ende dieses Videos gibt es auch einen Link dazu. Eine Sache ist aber nochmal essentiell wichtig. Du musst die Chance in einem Bärenmarkt wirklich begreifen. Denn in einem Bärenmarkt werden die Millionäre von morgen geboren. In diesem Sinne bis zum nächsten Video.